Der Slot ist echt, also weiß ich nicht, was ich von ihm halten soll. Die Freispieler haben mich bis jetzt noch nicht so überzeugt, kamen keine großen Gewinne rum. Weiß ich nicht, Marco, weiß ich nicht. Oh, wir sind wieder drin. Ey, es klappt jetzt viel besser ohne diese Extraschance. Zum dritten Mal sind wir drin, hier, zeig mal, was du kannst. Komm schon. Ready, fight! Das sind extra Spins. Was heißt denn dieses Plus 3 hier oben eigentlich? Oh, keine Multis. Was soll dieses Plus 3 eigentlich heißen? Ich will mal was Dickes hier gewinnen. Letztes Casino. Oh, ja, mein Lieber, ist ja schon wieder. Äh, gleich um 11. Die Multis sind doch alle Schrott, wirklich. Wie soll man sowas gewinnen, immer nur mit 2er, 3er Multi? Oh, mein 9. Das kommt halt auch drauf an, wie... Oh, oh, was war das? Oh, ah! Der geht voll durch! Der geht voll durch! Der geht voll durch! Was zahlt das? Jawohl! Ja! Was war denn das? Über 4.000 Euro. Okay, jetzt habe ich verstanden. Du musst dir irgendwas mit den Balken... Bom! Endlich! Endlich! 4K! Komm her zu mir! Schönes Ding! Schönes Ding! Okay, man muss... Oh, wenn wir noch einmal mit Blau hitten würden, dann wäre Blau auch voll. Jetzt habe ich es gecheckt. Krank! Okay, die müssen sich gegenseitig vermöbeln. Alright! 5.000 Euro um 9. First of Destruction von Hexor. Okay, jetzt finde ich ihn cool, den Slot. Jetzt habe ich ihn verstanden. Jetzt finde ich ihn cool. Geiles Ding! Ich will mal einen ganz fetten Treffer sehen. Lass mal Männer kämpfen. Den Ticken zum Beispiel, okay. Wie lief es bis jetzt? Sehr gut. Wir haben heute 40.000 Euro gewonnen. Also es wird ein 4.000 Euro Gewinnspiel geben für die Zocker auf den ersten vier Casinos. 200er Multi. Wir haben mal was. Ja, wir haben bis jetzt noch keinen einzigen zweistelligen Multi gehabt. Noch keinen einzigen. Ja, der wird wieder schmutz, der Bonus. Ah! 200er Multi! Ah! 200er Multi! Einfach so! Einfach so! Auf den Vierer! Was zahlt das? 8.000 Euro! Let's go! Und wir kriegen noch einen super Spin! Ah! Wir kriegen sogar 5. Schade, aber hier bloß zwei Multis. Oh! Wow! Krank! Und bloß ein 3er und 2er. Rural! So, hier gibt es nochmal 1.000 Euro rum drauf. 9.000 Euro Freispiel auf dem Vierer! Attacke! Der Slot ist einfach geil, der neue Hexor. Der ist einfach geil gemacht. Ey, der hat Entertainment-Faktor und natürlich auch ein richtig fettes 10.000x-Potenzial. Auf den Vierer 9.000 Euro. Über 2.000x erstmal klargemacht hier in der neuen Maschine. Retro-Scoot haben, wieder nach oben boosten. 14kb-Suite-Bonanza. Was war ein Satz? Äh, 50er. 50er hatte ich da gespielt. So, komm Retro! Gönn! Oh! Wo man zwei nebeneinander ist. Nice! Dritte auch nicht so weit weg. Jetzt hier noch irgendwo eine vierte rein und gut Multi. Nice! Und jetzt noch gut Multi und eine fünfte. Okay! Okay! Wir hitten auf jeden Fall hier nochmal drei. Wenn jetzt hier nochmal eine graue von oben reinfällt, dann würde hier das mal drei auch noch hochspringen. Schade, dass die hier unten nichts hitten. Komm, jetzt sind wir eine graue reinfallen lassen. Ne, macht er nicht. Aber hier nochmal. Okay, dann kann ich jetzt hier noch eine graue reinfallen lassen. Komm! Schade, okay. Zwei Vierer, ein Dreier, ein Fünfer Multi. Mal gucken, was er daraus macht. Mal drei und mal fünf könnte er schon mal easy connecten. Jo, macht er auch. Haben wir schon mal einen 15er Multi. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die zwei mal Vierer da noch ran? Die sind sehr schwierig ranzubekommen. Ich glaube, die bekommen wir nicht ran. Da müssen wir uns jetzt hier oben drauf konzentrieren. Dass hier oben noch eine schöne Münze rankommt. Nur mit einem Collector würde es gehen. Wenn hier irgendwie ein Collector reinkommt und alle Münzen vom Feld einsaugt. Zwei Münzen würden hier potenziell verlieren. Wir haben drei Spins. Zwei Münzen da ran. Dann wäre das ein easy Max Win. Aber der ist uns... Oh, bitte! Mach es! Mach es! Ja! Ist das Max Win? 20, 80. Wir haben 240er Multi. Wir haben 240er Multi. Das reicht nicht, oder? Das reicht nicht, aber 12.000! 12 fucking 1000, Freunde! Ich hol's uns nach Hause! Ich hol's uns nach Hause! Jawohl! Jawohl! Erster Versuch! Erster Versuch 12.000! Auf geht's! Oh, schade! Ein paar mehr Münzen haben gefehlt, dann wäre es Maximum geworden! Ein paar mehr Münzen haben gefehlt, dann wäre es geworden! Oh! Geiles Ding, geiles Ding! Im ersten Versuch direkt 12k abzustauben! Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Geil, oder? Knackige 12k! Falls ihr jetzt nicht euch die Mühe machen wollt und eurem Browser gehen wollt! Ansonsten, jawohl! Wir sind hier frei! Spielen! Komm, noch mehr! Okay, 2 ist besser als 1! Ansonsten oben rechts über dem Chat steht auch mein Link zur Webseite! Also die ersten 4, darüber könnt ihr dann teilnehmen! Und jetzt gucken wir mal, was die Freispiele zahlen! Starten auf jeden Fall mit 2 Grillen! Haben wir einen Vorsprung! Besser als nix, würde ich sagen! Jetzt müssen wir schön die Grille sammeln! Direkt wieder 2, jawohl! Dann machst du jetzt im zweiten Spin einfach noch den fünften und schon haben wir die Verlängerung und die Vergrößerung! Kann doch ganz einfach sein! Komm! Jetzt direkt noch einen! Ah, ne! Dann jetzt mit dem dritten Spin, dann wäre auch noch alles easy! Jawohl! Okay! Kurz Unterbrechung des Videos! Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen! Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da! Schreibt in die Kommentare, was ich mal für einen Slot spielen soll! Und wenn ihr kein Video oder Stream mehr verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo! Wird mein Team und mich sehr freuen! Vielen Dank dafür! Und weiter geht's jetzt mit dem Video! Zack, 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 zack! Vergrößerung! Und in der nächsten Stufe brauchen wir immer noch 5 Grille! Achso, in der übernächsten sind es dann bloß noch 4! Okay, komm! Dann 5 neue Grille! 5 Spins, 5 Grille! Jetzt brauchen wir wirklich in jedem Spin Einen Kral! So, da ist der Erste! Da ist der Zweite! Der macht spannend! Aber wir haben bis jetzt das 50 Euro gewonnen! Oh, okay! Wieder gerade so reingemacht! 2 Spins, 2 Grille! Wir gewinnen nichts! Oh, er will wirklich erst auf den letzten Spin drauf ankommen lassen! Oh, da würde eine rote Münze rein! Komm, bitte verlängern jetzt! Bitte verlängern! Jawohl! Komm, jetzt Fledermäuse! Okay, jetzt haben wir die Chance, hier die Münze mal zu holen! Er kann sich in Fledermäuse verwandeln! Wenn er sich in eine Fledermaus verwandelt, würden jetzt 9 Fledermäuse kommen! Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Okay, wenn er sich jetzt in den 3 Spins mal einmal in eine Fledermaus verwandelt, dann hätten wir die 100er Münze! Komm, bitte! Oh, wir brauchen bloß noch einen Kral! Wir brauchen bloß noch einen Kral, dann hätten wir nochmal eine Verlängerung und eine Vergrößerung! Uh, 600 Euro! Bitte! 2 Spins! Also, wir wollen jetzt einen Kral! Wir wollen jetzt einen Kral und die Fledermäuse! Komm! Kral! Verlängerung! Fledermaus! Nein! Da kommt noch eine rote 100, äh, eine 100, eine Münze! Nochmal 600! Komm schon, bitte! Oh, wir haben nochmal Verlängerung! Oh, der hat auch eine Top-Position! Also, auch wenn er sich so in Symbole verwandelt, seht ihr, er kann da gut zahlen! Ey, der ist fast voll! Wir haben jetzt 3 Spins noch! 2 Grille, dann hätten wir noch auf Maximum! Ey, bitte eine Fledermaus! Oder... Oh! Oh, Schmutzsymbol! Bitte verwandel dich in ein gutes! Ey, uns fehlt nur noch ein Kral! Ich bin gespannt! Ich hatte noch nie Vollbild, das wäre... Komm, jetzt erstmal hier viele Fledermäuse! Oh, Kral! Dann hätten wir es schon! 3 extra Spins, 2 Fledermäuse! Oh, bitte! Oh, ist das spannend! Ich war noch nie so weit bei Fat Track! Ich war noch nie so weit! So, welches nehme ich? Komm, ich nehme hier oben rechts! Ach, er gibt mir das Schlechteste! Er gibt mir das Schlechteste, wirklich! Komm, dann fliegt jetzt wenigstens auf eine 100 dazu! Yes! 2.000 Euro schon mal! So, wir haben jetzt noch zwei Spins! Wir brauchen einen Kral! Zwei Spins, einen Kral! Du hast doch jetzt schon Vollbild! Du bist schon voll, hä? Nein, der Kral! Oder? Wo kommt denn der her hier, der Kral, hä? Hä? Wo kam der denn her? Wir sind voll! Was? Wir haben jetzt vier Spins auf Vollbild! Jetzt mach ein gutes Symbol rein! Ja! Let's go! Was zahlt das? Was zahlt das? Was zahlt das? Ist nicht das beste Symbol? Der Rot ist das beste Symbol! Ah! Ah! Bitte macht den Rot jetzt noch rein! Ah! Freunde, was geht ab? Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ah! Oh mein Gott! Vollbild Fat Track! Vollbild Fat Track! Was geht ab? Was geht ab? Der Gönnerstag heute! Er gönnt! Ey, was wird das zahlen? Was wird das zahlen? 20.000! Komm, wir haben noch zwei Spins! Wir haben noch zwei Spins! Mal nochmal Premium! Ach! Schmutzsymbol bloß! Ey, wir haben 40.000! 40.000! Oh, der zahlt nur 400! Ey, das ist ja frech! Komm, jetzt! Gönn! Ah, nochmal ein Schmutzsymbol! Oh, krank! 40.000! Fucking Vollbild! Fucking Vollbild Fat Track! Mein erstes Mal! Mein erstes Mal Vollbild Fat Track! Durchgespielt! Durchgespielt würde ich sagen! Absolut durchgespielt den Slot! Oh! Oh! Krank! Krank! Boom! Einfach Vollbild! Und das auf ganze vier Spins! Wir sind drin auf dem 40er! Drei Stück nachgefallen! Boah! Selbst wenn ich meinen Mund so weit aufreiße, tut es schon wieder die Schmerzen! Ah! Puh! Komm! Gönn jetzt fett! Dann sind die Schmerzen wieder ganz schnell vergessen! Verlängerung im ersten Spin! Fünf extra Spins! Auf geht's! Komm! Oh! Oh! Komm! Äh, Traum! Okay! Direkt 2K! Direkt 2K! Sehr geiler Start! Sehr geiler Start! Attacke jetzt so! Wir haben schon mal das Minus, was er bis jetzt gefressen hatte, wieder drinne! Melon! Traubenbananen! Nice! Weiter, weiter! Multi! Multi, Multi, Multi! Multi! Mach Multi! Ja! Ja! Die nächsten 4.000! Okay, 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 okay! Jetzt kannst du hier losgehen! Jetzt werden die Zahnschmerzen nicht gleich mein einziges Problem sein! Gleich werde ich auch noch Halsschmerzen haben hier nach dem Geschrei! Komm! Oh, Apfel, Apfel! Apfel, Apfel! Mach Apfel und Multi! Okay! Nächsten 2.000! Was geht ab? Der ist gut drauf! Was? 3! Der ist gut drauf! Komm schon! Zieh, Junge! Zieh! Jawohl! Melone! Stark! Äh, okay! Nix! Ah, die Multi ist schade! Ah, 100er Multi! Nein! Nein! 100er Multi! Ja, nochmal Verlängerung! Aber der 100er Multi, das wäre es doch gerade gewesen! Ah, nochmal Verlängerung! Wir sind wieder bei 12 Spins! Was geht ab? Das ist schon die dritte! Ey, der 100er wäre es gerade gewesen! Der wäre es gerade gewesen auf dem Einsatz! Komm! Jetzt wieder mal was hit, denn wir sind wieder bei 10 Spins! Komm! Jetzt sind hier gerade echt viele Dead Spins drin! Trauben! Blau! Äh, Bananentrauben! Nice! Jetzt wieder Multi! Kein Multi! Äh, 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 ja! Äh, Melon! Nice! Noch ein Lolli? Oh, stark! Wieder stark! Wieder 1,8! 11.000 Euro ist schon drin! Weiter! Weiter! 11 mal halb! Ey, das Freispiel ist brutal! Melon! Schade! Noch 6 Spins, Baby! Was ein schönes Freispiel bei Sweet Bonanza, oder? Was ein schönes Freispiel! Fast 300x gemacht! Oh, blau! Nice! Trauben, Melon! Nice! Und jetzt wieder noch Multi, Multi, Multi! Ah, schade! Egal! Wieder 1.000 Euro! Ja! Ja! Schon 13! Weiter! Noch 3 Spins! Ja, Melon! Schade! 2 Spins! Noch, ey, top Freispiel! Top Freispiel, wirklich! Äh, ja, schwierig! Ja! Ja, Äpfel! Ah, einer zu wenig! Letzter Spin! Melon! Trauer! Äh, ja! Melon! Okay, top! Ey, Top Freispiel! 14.000 Euro! Was geht ab? Sweet Bonanza! Nach so vielen Wochen mal wieder gespielt! Und es hat sich gelohnt! Und es hat sich gelohnt! 14.000 Euro hier! Auch wenn wir die 100er Multibombe nicht connected haben! 14.000 Euro! Yes! Und es hat sich gelohnt! 15.000 Euro! 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 Untertitelung des ZDF, 2020